Willkommen mal wieder zurück zu Doom's Way It It Episode 3 Folge 5 So, wollen wir schauen. Das ist der Tool jetzt nicht los. Oh, okay. Okay. So. So, Way It It. Machen wir mal ein bisschen groß. Machen wir mal auch ein bisschen groß. So, okay. They are Rake. Brutal. Gut. So. Okay. Dautsch da gestimmt. So. 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 Ich komme. Was? Kleiner Buster. Fuck. Wunderbar. Hä? Ach so. Wow. Na gut. So. Wir kommen hier jetzt noch nicht weiter. Ich muss also wieder rauf. Die Frage ist nur, wo geht es jetzt hier weiter? Ach, hier ist ein Schalter. Ah. Okay. Bitte was? Ja, ja. Knutsch mal den Baum. Bleib offen. Uah. Ich höre Kakodemon. Wo auch immer. Da, zum Beispiel. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Hark! Oh, oh! Yay, wir haben F-15er Gegnermusik! Einmal ein Stück Gerüstung, das gefällt mir. Ich schätze, hier muss ich jetzt rein. Ich gucke mich aber vorher noch mal ein bisschen um. Ach, die Dinger kann man ja aufsammeln, auch wenn man schon voll ist. Ich höre hier doch noch was. Wo sind denn die? Ach da! Okay. Wieso klappt meine Tasse? Ach! Endlich ist meine Tasse zu ruhig. Wow! Du kleiner, komm mal her! Da tue ich hier! Oh mein Gott! Was hat das jetzt genau geöffnet? Ähm... Hoffentlich keine Falle. Oh, okay. Ach, die Tür! Ah! Ich dachte, die kann man einfach so öffnen. Oh! Da steht auch schon einer bereit. Wow! Einmal mit der Ruhe! Da ist ein Teleporter. Okay. Okay. Scheiße, wenn man die mal hier durch nicht sehen kann. Weißt du mal... Oh! Einmal BFG! Oh, wir haben wieder die gesamte Karte. Nice! Ähm... Gut. Da brauchen wir eine gelbe Karte. Hier sind wir gerade. Da brauchen wir denn was Rotes. Hier ist noch ein Secret. Oder eine Falle. Je nachdem. Wobei das eher aussieht wie ein Teleporter. Also eher wie ein Secret. Da haben wir noch ein Secret, das wir gesehen haben. Na gut. Gehen wir erstmal weiter in... Nach vorne. Oder wir können auch in die Richtung gehen. Achso, ne. Da konnte man dann später wahrscheinlich finden. Oh! Sieht schick aus. Wow! Oh nein! Wow! Oh nein! doch so die rote karte haben wir schon mal was hat er sich gerade reinteleportiert ich weiß doch was Kommt noch her. Da geht doch so ein Weg rein, genauso wie da. Ne, da nicht. Aber da geht noch ein Weg rein. Ob das wohl Secrets sind oder... Wow. Ja, doch, sieht so aus. Na gut. Aha, das wäre jetzt der Teleporter hier. Ach, das ist eine Treppe. Na gut. Dachte, ich würde zum Fahrschluss. So wie das Ding hier. So. Hier war noch irgendein Secret. Hä? Ach so, da kommt man gar nicht rein. Man muss also durch die Pampa laufen. Also durch die Pampa da. Ah, ich habe mal gar keinen Bock drauf. Ah, gut. Das hier scheint sich wenigstens zu lohnen. Dann gehe ich hier mal... Oh, Alter, wie verwinkelt. Alter. Alter, ich habe noch 58% Leben und ich verarschen. Wir sind gleich tot. Alter. Wow. Hat sich Erfolg gelohnt. Hoffentlich gibt es jetzt hier schon viel Leben. Danke. Ah ja, nicht wirklich. Da ist noch ein bisschen... Danke. Alter. Was denn gerade? Leben, Leben. Okay. Nimmst du? Gut. Ah ja, wir sind 360. Äh, jetzt sind wir da. Okay. Hab dich gesehen. Ja, kann ich gerade gut gebrauchen. Schon haben wir wieder 100. Bzw. 113. So, hier ist eine Tür. Da geht es raus. Und wo sind wir denn hier? Ach so. Oh, ach. Ja, das ist der, wie wir angefangen haben. Da muss ich jetzt... Nee, halt. Ich habe nicht gelbe Karte. Heißt also, ich muss klar. Ich muss jetzt zurück. Und dann in die andere Tür rein. Da. Was? Ah, schon. Das ist doch sowas von eine Falle. Also, ich weiß nicht, doch. So, haben wir wieder 200. Und verliegen gleich wieder alles Teleporter. Oh. Oh, nicht gelistet. Okay. Ähm. Fuck. Lose ich aber noch gar nicht. Ja, wow. Hebe ich mir aber lieber auf. Oder... Müssen wir nur dran denken, wo das ist. Und überhaupt dran denken. Denn am Ende... Wow. Halt. Ja, ich gebe jetzt mal wieder hoch. Mal gucken, was hier noch war. Ach so, wir kommen gar nicht hoch. Na gut, dann können wir doch noch da. Was? Junge. Dankeschön. Dankeschön. Eine BFG. Oh, sogar mit Munition. Gleich im Komplettpaket. Von hier kamen wir. Wir müssen also hier lang weiter. Okay. Da komm her. Was denn jetzt, wo denn jetzt? Wo muss der nicht lang? Hier hat sich nichts geändert. Höhe. Aha. Wenn man nicht weiß, wo's Land geht, immer den Feinden nach. Aha. Wisst ihr was? Kommt her. Was? Leck mich doch. Ich hab' noch so einiges vergessen. Äh, da geht's erstmal gar nicht weiter, aber hier ist noch ein Steeper. Hä? Da. Da. Ah. Thank you. Thank you, thank you. Jetzt haben wir... Wow. Ah, aber damit sind wir auch die ganzen ungelisteten Bereiche. Das hier zum Beispiel und das hier hinten. Oh. Und das da. Und das da. Und alles überhaupt. Ähm, wir sind hier, wir sind da. Wo wollten wir hin? Wir wollten sowas blauer. Wo waren wir denn jetzt hier oben, ne? Da müssen wir hin. Aber warum geht über die gesamte Breite? Okay. Ja. Wo? Wo? Ja. Ist das kein Secret? Leck mich doch. Wo? Wo? Witzig, wenn sich diese Pistole einfach wie so eine Minigun verhält, weil man diesen Blitz hat. Ist schon echt nice. Da geht's weiter. Wow. Was? Oha. Achso. Blauer Skull. Sag das doch. Sag das doch gleich. Junge. Was? Ach, neck mich doch. Wow. Wow. aha okay okay interessant manchmal wenn hier noch was ist ach so ist einfach nur wenn man reinfällt dass man den sich schützen kann dachte schon da gäbe es ein secret okay wir haben nahezu alle gegner sehr schön das höre ich doch gerne dankeschön so kommen jetzt da rein da kommen wir freien hinten wo wir wieder durch die karte okay aber es geht nicht auf leck mich doch ich bin gerade ein bisschen verwirrt warte mal ganz kurz wir sind ja hier unten ist ja wieder zu was ist hier los wie kriegt man das ding nochmal auf ich bin gerade ein bisschen verwirrt der einzige eingang da hinten andere gibt es nicht na gut wir gucken erst mal so genau hier ist das exe mehr ist da erstmal nicht genau ja hier müssen wir hier muss noch ganz viele wege geben ach so genau einer war ja hier so die frage komponenten händel ist nur das in ich muss also mindestens noch ein weiterer teleporter geben oder eine geheimtür die frage ist nur wo was was also wisst du was komm du mal her so hier war ja noch ein teleporter genau wow leck mich doch wie öffnet man dich wie öffnet man dich das ist ja mal unfair gut wir gehen erstmal wieder da rein hier war ja auch noch was auch kein teleporter okay nee halt da nee da war mehr nicht an sich erstmal also hier soll noch was sein aber auch kein teleporter Auch kein Teleporter. Hier war noch ein Teleporter, aber der ist hingeschickt, der war... Achso, hier. Na gut, okay. Äh, ja. Ja genau, das war hier wie eine Karte. Schade. Ah, hier schon wieder. Ach ja, ja. Na, war diese Anfangsszene. Wow, Alter, wir haben so viele Sequels gesehen und kann man kein einziges an. Das ist gerade ein bisschen deprimierend. Wow. Ach man ey. Ist das ein Schalter, der ich übersehe oder... Übersehe ich gerade meine Intelligenz. Nein. Oh fuck. Genau raufgesprungen. Letzt mich doch. Hm, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich wüsste gern, was das hier war... Ja genau, jetzt hast du den Schalter für die Dinger. Können wir uns doch schon mal die Rüstung hier nehmen. Dankeschön. Ich muss irgendwo aufgehen. Äh, nein, halt. Äh, da. Das ist jetzt make no sense. Na gut. Ich glaub, da werden wir das mit den ganzen Sequels einsammeln schon wieder vergessen. Weil ich schon wieder nicht weiß, was wir haben müssen. Ich würde gerne noch mal zur BFG. Oh. Ich würde gerne noch mal zur BFG. Ja eh, wir haben auch gar keine BFG. Ha. Alter, wo sind wir... Was ist das jetzt hier los? Und wie fällst du hier? Ach ja, weil da irgendwie mussten wir ja rein. Da. Ging's ja weiter. Ah, genau hier. Ja, perfekt. So, damit haben wir zumindest schon mal volle Rüstung, etc. Jetzt würde ich aber doch gerne noch mal zu der BFG. Zu der Beauty Fancy Gun. Da ist er. Da ist nur noch eine Tür. Ah, der leckt mich doch. Hier ist was. Nee. Wow, ich bin ja wieder ganz weit weg. Oder? Ja doch. Ah, der ist ja jetzt hier. Da, 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 da. Ja, das wollen wir nicht. Na komm. Und mach Sinn. Waaah. Fuck. Fuck. Und die Wurstung ist wieder am Arsch. Ja, komm, leck mich doch. Fuck. Fuck. Alter, wo ist jetzt das Ziel? Nein. Ist es doch. Da. Ach Gottchen. So. Nein. Das da. Ja, hab ich mal so ordnen. Das war's mit Folge 5. Schauen wir drauf. Schauen wir drauf. Bis zum nächsten Mal.